Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren neuen Folge von Anime Erklärt. Ich bin Shergoggynicht und heute soll es um die Frage gehen, wie stark Einzulge und Sechser Königreich am Ende von Staffel 3 bzw. am Anfang von Staffel Nummer 4 eigentlich ist und welche Herausforderungen und Probleme diese junge Nation noch zu bewältigen hat. Doch zuvor noch zwei Dinge. Erstens, dieses Video wird komplett spoilerfrei sein. Ihr könnt es also beruhigt schauen, auch wenn ihr nur bis zur dritten Staffel oder bis Band Nummer 9 geschaut bzw. gelesen habt. Und zum anderen sage ich nochmal Danke an meine Kanalmitglieder für den tollen Support. Wahnsinn, wie viele wir bereits nach einem Monat geworden sind. Ferner wird hier in dieser kleinen Aufstellung nur darauf geachtet, was das Sechser Königreich an sich, am Anfang von Staffel 4 bzw. am Ende von Staffel 3 selbst hat. Bedeutet, sowohl Nazirg mit all seinen Truppen und all seinen Ressourcen, als auch alle anderen Sachen, die ein Sechser Königreich an sich gemacht oder erschaffen hat, beispielsweise die Death Knights, werden hier außen vor gelassen. Wenn ihr allerdings mehr darüber erfahren wollt, wie das Ganze ausgegangen ist und wie stark das Sechser Königreich eigentlich geworden ist, habe ich eine ausführliche Analyse der Armee des Sechser Königreiches bereits aufgestellt. Ihr findet den Link dazu in der Videobeschreibung. Aber die Analyse selbst enthält auch Spoiler. Und damit zum eigentlichen Thema. Wir beginnen zunächst mal mit einem geografischen Überblick. Als Basis soll die Karte der bekannten neuen Welt aus Band Nummer 9 dienen, auf der ich zahlreiche eigene Grenzen und Orte vermerkt habe. Die Karte ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden, aber die genauen Grenzen sind nicht offiziell bekannt gegeben worden und deswegen ist das eher eine Wahrscheinlichkeit und wahrscheinlich nicht ganz zu 100% korrekt. Aber wie gesagt, ich habe mich gründlich informiert, wie weit die geografische Ausdehnung der einzelnen Nationen eigentlich geht. Apropos geografische Ausdehnung. Denn eins erhielt vom Königreich nicht nur die Stadt Erantel an sich, sondern auch die sie umgebenden Ländereien, will heißen Wiesen, Weiden, Bäche und alles, was sonst noch zum Umland gehört, einfach mit dazu. Das schließt selbstverständlich auch die zahlreichen umliegenden Dörfer, darunter Karren selbst, ein. Und durch das umliegende und sehr fruchtbare Land ist auch eine Grundversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln gewährleistet. Und damit kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Bevölkerung. Da viele lieber je hab und gut gepackt haben und flohen, als unter die Herrschaft der Sechserkönigs zu geraten, erfuhr die Stadtbevölkerung, wie auch Teile des Umlandes, einen scharfen Rückgang. Jeder der Konter hat die Stadt verlassen. Und damit entgegen dem jungen Hexerkönigreich auch eine ganze Menge Talente. Vom Schmied über den Töpfer bis hin zur Magier- und Abenteuergilde existieren bestenfalls noch Überbleibsel der einzigen Wirtschaft. Und oftmals ist es so, dass das Personal, wie im Falle der Magier- und Abenteuergilde, das noch zurückgeblieben ist, lediglich die Stellung halten sollen. Wichtige Artefakte und sonstige wichtige Dinge wurden bereits evakuiert. Durch das Außerlandesschaffen von vielen magischen und nicht magischen Wertsachen und Materialien wurden etliche Industriezweige stark in Mitleidenschaft gezogen. Doch wir wissen, dass zumindest Lizzie Baliar, die bekannteste Zaubertrankbrauerin und Enferia weiterhin treu zum Hexerkönigreich stehen und Zaubertränke recht wertvoll sind. Die Situation in Karen ist allerdings genau umgekehrt. Durch den spontanen Bevölkerungsanstieg der Goblin-Population hat die Stadt nun zwar mehr als genug Arbeitskräfte, aber diese sind nicht ausgebildet und haben nur das Soldatenhandwerk, das sie beherrschen können. Es braucht neue Häuser, Brunnen und Felder, die angelegt, gebaut und bestellt werden müssen. Und damit endet auch schon das Hexerkönigreich. Jedenfalls nach dem Wissen der anderen menschlichen Reiche. Tatsächlich aber erstreckt sich das Hexerkönigreich nach der Eroberung der Extenmenschen im 4. Band und der Eroberung der Krötenmenschen, die an anderen Seen lebten, durch die Extenmenschen und der Kokutus im Band Nr. 8, wie auch durch die Eroberung bzw. Befriedung des Waldes von Top deutlich weiter auf heteromorphe und halbmenschliche Bewohner. Und das ist deshalb so signifikant, weil diese Gebiete für Menschen normalerweise nicht nur nicht nutzbar sind, sondern vor allem tödlich, da dort viele starke Kreaturen leben, die Menschen ganz schnell verfrühstücken. Und auch wenn beispielsweise Kaiserreich und Königreich offiziell die Kontrolle über Teile des Waldes beanspruchen würden auf ihren Karten, so gehört dieser Wald und die Seenlandschaften in der Praxis doch dem Hexerkönigreich und dem Hexerkönigreich allein. Was uns nun zur Wirtschaft bringt. Zwar liegt das Secherkönigreich bzw. Erantel direkt auf drei wichtigen Handelsrouten, nämlich die zum Königreich, Kaiserreich und der Theokratie, allerdings ist niemand so wagemutig, im Land der Toten Handel zu treiben, weshalb die Wirtschaft einen großen Einbruch erlitten hat und der Handel praktisch ganz zum Erliegen kam. Da das Secherkönigreich eine Binnennation ist, also von Land umgeben, gibt es auch keinen Zugang zum Handel über die Weltmeere und die Flüsse. Eine Handels- und Kriegsflotte fehlt zu diesem Zeitpunkt vollständig. Und wie erwähnt sind durch den Bevölkerungsschwund sowie durch das Abwandern von Betrieben und Organisationen wie beispielsweise der Magiergilde die generelle wirtschaftliche Produktion stark eingebrochen und in Teilen sogar ganz zum Erliegen gekommen. Lediglich die Landwirtschaft scheint immer noch zu funktionieren. Allerdings hatte diese schon vorher Probleme gehabt und natürlich arbeitet Enferi auch weiterhin an Zaubertränken. Aber allgemein sieht es ziemlich düster um die Wirtschaft des jungen Hexerkönigreiches aus. Aber dennoch hat es nicht nur gewaltiges Potenzial, sondern auch viele natürliche Ressourcen. Abgesehen von der immer noch günstigen geografischen Lage ist das Umland von Erantel fruchtbarer Boden. Und wir wissen auch von mindestens einem Süßwasserfluss und den Süßwassersee nahe Azalesias. Da der Staat allerdings zwischen zwei Bergketten liegt, ist es höchstwahrscheinlich, dass es noch viele weitere Flüsse gibt, die allerdings hier nicht auf der Karte vermerkt worden sind. Vermutlich, weil es sich um strategisch wichtige Informationen handelt, die zu Kriegszeiten einfach nicht vermerkt werden durften. Aber wie gesagt, das ist nur meine Theorie. Neben Wasser und fruchtbarem Ackerland verfügt das Sechserkönigreich durch Top, also den großen Wald, über große Mengen an Holz, sowie Kräuter, die für die Zaubertrankerstellung essentiell sind und auch auf dem Markt einen guten Preis erzielen würden, sofern man sie dann verkaufen könnte. Ferner produzieren die Fischfarmen der Echsen und Krötenmenschen darüber hinaus eine reichliche Menge Fisch, die mindestens dazu ausreicht, um jetzt sowohl die Echsen als auch die Krötenmenschen zu ernähren. Ferner dürften die befriedeten Siedlungen der Heteromorphen und Halbmenschen innerhalb Tops Subsistenzwirtschaft betreiben, sich also quasi aus ihrem Umland selbst versorgen und sollten Produktionsüberschüsse erzielt werden, diese verkaufen. Diese Siedlungen dürften allerdings keinesfalls so produktiv sein wie all jene, die sich bereits auf der sechsten Nehme der großen Gruft von Nazarek angesiedelt haben. Kommen wir nun zur Diplomatie. Alle Länder, die an das Sechserkönigreich grenzen, sind diesem feindlich gesonnen. Und das Sechserkönigreich ist außenpolitisch komplett isoliert. Aufgrund des vernichtenden Sieges des Sechserkönigreiches über das Königreich von Reastis fühlen sich die nicht angrenzenden und angrenzenden Königreiche und Länder darüber hinaus auch wesentlich bedroht. Allerdings ist auch ohne die große Gruft von Nazarek und seiner überwältigenden Macht das Sechserkönigreich an sich nicht wehrlos. Zwar werden sich kaum menschliche Soldaten finden, die bereit wären für den untoten König zu kämpfen. Allerdings sind die Bewohner Karens fanatisch loyal gegenüber dem Hexerkönig eingestellt. Und damit steht auch das Goblin-Heer von Enri, ebenfalls der Landesverteidigung, zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Festungstadt mit ihren drei Mauern, die zwischen zwei Bergketten liegt, leicht zu verteidigen. Und der weite Wald von Top bietet eventuellen Guerillas guten Unterschlupf. Fenner sind sowohl die Echsen als auch die Krötmenschen kriegerisch begabt und im Durchschnitt deutlich stärker als menschliche Kämpfer. Und man verfügt auch dort weiterhin über eine Hydra. So wie über intensives Training und Ausbildung, Da die Goblin-Armee an sich bereits 5000 Mann erfasst, die Bevölkerung in Kahn wehrhaft ist, die Echsen und Krötenmenschen ebenfalls Truppen stellen würden und man weitere Kräfte hinzuziehen kann, wenn auch nicht im hohen Maße, schätze ich die aktuelle Kampfstärke und Truppenanzahl des Sechserkönigreiches auf derzeit ca. 6000 Individuen. Diese Armee ist schlecht dazu geeignet, Land zu besetzen und langfristig zu halten, da ihnen dafür einfach die numerische Stärke fehlt. Ihre geringere Anzahl im Verhältnis zu überwältigenden Kampfkraft macht sie jedoch leicht zu versorgen und die günstige Geografie des Hechserkönigreiches macht sie zu exzellenten Verteidigern. Abschließend lässt sich sagen, dass dem Hechserkönigreich Einzulgons primär diplomatische Anerkennung und wirtschaftliche Beziehungen fehlen und diese muss eins in Staffel Nummer 4 wiederherstellen und vertiefen. Und damit war es das auch schon von meiner Warte aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und zum Abschluss sage ich noch einmal Danke an meine Kanalmitglieder. White Bird Best Philip Mr. TNT Fabian Caribasas Maske David André Sebastian und Dark Phoenix 1 Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Bis dahin, habt einen schönen Tag. und los was damit los da geht theben Bis dahin, habt einen schönen Tag. Bis dahin,Os ue ,